Hallo, oder herzlich willkommen, wie man hier sagen würde, zum Videopodcast aus Seoul, der Hauptstadt Südkoreas. Ich bin Martin und berichte für die MMK aus meinem Auslandssemester. Hier seht ihr unseren Besuch zur Yonsei-Uni, einer der besten Unis Koreas. Hier findet alles digital statt, von Sitzplatzreservierungen in der Bücherei zu Zeitungen. Einmal im Jahr findet ein Spiel gegen die Korea University statt, das von der Bedeutung vergleichbar ist mit Oxford vs. Cambridge. Die Stimmung dort war überwältigt, aber sehr selbst. Die Stimmung dort war überwältigt, aber sehr selbst. Ein Lied dürfte bei diesem Event natürlich nicht fehlen. Sei es Gangnam-Style. Doch die Stimmung hier war nichts im Vergleich zum Konzert, das wir zwei Wochen später gratis besuchen konnten. Doch die Stimmung dort war, Schör Deutsche Ehe. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Über die Feiertage Ende September haben wir einen Urlaub in Danyang gemacht. Danyang ist ungefähr zwei Busstunden von Seoul entfernt und bietet viel Natur. So sieht hier ein Autobahn-Snack aus. Generell ist das Essen hier deutlich anders. Im Supermarkt kann man sich z.B. lebende Krabben kaufen. Das Mutigste, was wir hier bis jetzt gegessen haben, sind aber diese Rauben. Und? Echt? Finde ich so gut, ne? Aber du musstest ja auch nur dich gleich verleiten. Es gibt hier aber auch Sachen, die lecker sind, wie z.B. Bibimbap, das sich aus vielen verschiedenen Zutaten zusammensetzt. Diese werden dann in einem großen Teller mit etwas Reis vermischt und gegessen. In Danyang haben wir unter anderem eine Bootstour gemacht und einen buddhistischen Tempel begübt. Untertitelung im Auftrag des ZDF-Gabe Mehr Informationen auf der pulleinkommen! Untertitelung im Auftrag des ZDF-Gabe J Daily? J.B. Das war es erstmal von mir aus Seoul, ich hoffe es hat euch gefallen, bis zum nächsten Mal, aniohi, gassin' auf! 1 2 2 Ah, wirklich